Wir haben im Moment sehr ungewöhnliche Zeiten und da kommt es auch mal vor, dass von mir montags ein Video kommt. Und ich möchte in diesem Video ganz kurz darauf eingehen, wie sich diese Corona-Krise auf die Kurswerkstatt und diesen Kanal auswirkt. Zunächst einmal will ich mich bei euch bedanken für die vielen guten Wünsche, die ihr per Kommentar oder auch per E-Mail oder im Forum hinterlassen habt. Vielen Dank dafür. Das gebe ich natürlich gerne zurück. Bleibt auch ihr gesund und macht einfach das Beste aus der jetzigen Situation. Ich möchte euch aber darüber informieren, wie es im Moment hier in der Kurswerkstatt aussieht. Bei mir läuft im Prinzip alles ganz normal weiter. Ich habe ja keine Angestellten, ich arbeite alleine. Mein Holzlieferant liefert weiter. Alles andere, was ich brauche, habe ich an Lager. Das heißt, die Online-Kurse laufen wie gewohnt weiter. Jeden Mittwoch kommt da ein Video. Ihr schreibt sehr viel im Moment im Forum zu den Online-Kursen. Für diejenigen, die es noch nicht wussten, zu den Online-Kursen gehören nicht nur Videos, sondern es gibt auch noch ein Forum, das aktiv genutzt wird. Da tauschen sich die Online-Kurs-Teilnehmer aus und ich schreibe auch viel. Und da kommen im Moment sehr viele Beiträge. Das heißt, ihr beschäftigt euch sehr mit der Holzverarbeitung in dieser Zeit. Und das ist auch gut so, finde ich. Und ich schaue auch sehr oft ins Forum rein, gebe Beiträge frei, die vielleicht irgendwo hängen geblieben sind, aber beteilige mich da auch aktiv, wenn ihr da Fragen habt. Also das zeigt schon mal, dass ihr da wirklich aktiv seid, in eurer Werkstatt aktiv seid und wirklich da was macht. Das finde ich erst mal super. Und ich möchte so ein bisschen beitragen zu dieser ganzen Situation, um die, ja, klingt jetzt blöd, aber für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen angenehmer zu machen. Und zwar mit mehr Videos hier auf YouTube. Ich werde also versuchen, zwischendurch noch ein paar Videos mit reinzupacken. Am Freitag ist ja das nächste Video geplant. Da beantworte ich eure Fragen. Aber ihr habt, ja, noch ganz andere Themen immer, zu denen ihr Fragen habt. Und da probiere ich kurze Videos zwischendurch zu machen. Das werden jetzt keine Halbstunden-Videos, wie ich sie sonst schon mal habe, sondern eher so, ja, 5-10-Minuten-Videos. Es steht zum Beispiel noch ein Video aus zum Thema Vorritzer an der Formatkreissäge. Da warte ich aber noch auf zwei Sachen, die ich euch da mit zeigen will. Also das könnte diese Wall knapp werden, dass das noch funktioniert. Da muss ich einfach noch abwarten. Aber zum Beispiel hier habe ich was, was, glaube ich, für viele von euch interessant sein sollte. Das sieht ganz unscheinbar aus, hier diese Zulagen. Aber die haben was Besonderes. Und das will ich euch noch zeigen. Dann habe ich Andruckvorrichtungen für die Tischfräse bestellt. Die müssten eigentlich in den nächsten Tagen kommen. Auch das könnte interessant für euch sein. Da will ich ein kurzes Video machen. Und einfach mal schauen, was mir so noch an Themen einfällt. Vielleicht habt ihr auch noch Fragen. Dann benutzt aber bitte noch bis Dienstagabend das Fragen-Video, das ich euch verlinke. Da könnt ihr noch Fragen stellen und Fragen hochwählen, die dann am Freitag beantwortet werden. Ja, und jetzt mache ich was, was ich sonst ja eigentlich nicht mache. Nämlich, ich weise euch darauf hin, dass ihr natürlich ein Abo für diesen Kanal machen könnt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann werdet ihr nämlich über diese Videos, die zwischendurch kommen, informiert. Die meisten von euch wissen ja, dass freitags immer ein Video kommt. Und ja, schauen dann einfach freitags rein. Haben vielleicht kein Abo gemacht. Vollkommen okay. Ich bin da nicht so geil auf diese Abo-Zahlen. Mir sind die Rückmeldungen von euch wesentlich wichtiger als die reinen Zahlen. Aber wie gesagt, wenn ihr ein Abo macht und noch auf diese Glocke da klickt, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn zwischendurch ein Video kommt. Also wenn ihr das machen möchtet, gerne. Wann dieses erste Video zwischendurch kommt, weiß ich noch nicht. Muss ich noch schauen. Ich denke, das wird dann zu diesen Zulagen hier was werden. Ich mache auch im Moment ein bisschen mehr auf Instagram. Also wenn ihr auf Instagram aktiv seid, schaut auch da mal bei mir rein. Da poste ich zwischendurch einfach mal aus der Werkstatt. Und ich denke, so kann ich euch ja ein bisschen unterhalten, ein bisschen Wissen vermitteln vor allem. Und ansonsten geht einfach in eure Werkstatt. Macht was draus. Macht das Beste aus dieser Situation. Und wie gesagt, bei mir läuft im Moment noch alles vollkommen normal. Ich bin gesund. Die Familie ist gesund. Auch da habt ihr hier und da mal nachgefragt und gute Wünsche geschrieben. Auch da vielen Dank. Und ja, das funktioniert ja alles. Was im Moment etwas langsamer vorangeht, als ich es mir gedacht habe, ist die Arbeit an der Internetseite zu den Online-Kursen. Da arbeite ich mit einer Agentur zusammen. Aber auch die haben im Moment so ihre Probleme. Da geht das viel langsamer. Ich habe schon ein neues Logo. Das blende ich euch jetzt einfach mal ein. Auf Basis dieses Logos werden jetzt andere Sachen gemacht. Haben auch schon einige geschrieben, dass die Vorschau-Bilder für die Videos nicht so der Brüller sind. Ja, weiß ich. Aber auch da arbeitet die Agentur mit dran, damit das schöner wird. Also da habe ich mir einfach Profis mit ins Boot geholt. Also Fazit. Bei mir ist alles normal. Alles gesund. Vielen Dank für die Wünsche. Und ja, schaut einfach mal regelmäßig hier auf dem Kanal vorbei. Ich werde versuchen, mehr Inhalte für euch zu generieren, um euch diese Zeit vielleicht ein bisschen angenehmer gestalten zu können. Ja, und das war es von mir an dieser Stelle. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß in eurer Werkstatt. Bleibt gesund und macht das Beste draus. Das war es von ihr. So, ich wünsche euch этаjenhame.